In der Regel handelt es sich bei Abhörmonitoren um sehr leistungsstarke Lautsprecher. Und das müssen sie auch sein, da mit diesen die Qualität von Autokanälen festgestellt werden. Entscheidend ist dafür die Kanalanzahl des jeweiligen Films. Früher gab es beispielsweise Monokanal, Stereokanal und heutzutage unter anderem Dolby Digital sowie Dolby Digital Surround Ton. Somit benötigt man für einen Monokanal eine Lautsprecherbox, für Stereo demzufolge zwei Lautsprecherboxen und für Dolby Digital fünf solcher Boxen. Bei einem Dolby Digital System 5.1 kommt zu den fünf eigentlichen Kanälen noch ein LFE-Kanal hinzu, um enorm niederfrequente Töne für das menschliche Ohr lokalisierbar zu machen. Zum Abhören der Abhörmonitore bedarf es keiner weiteren Hilfsmittel. Diese werden schlicht und einfach vom menschlichen Gehör selbst abgehört.